Und auf dem ersten Platz, und jetzt muss ich eines ganz schnell sagen. Es haben viele Zuschauer gesagt, sie haben das letzte Mal gesagt, es sind drei Damen und ein Herr bei der Gruppe Pony. Das ist richtig, denn es ist ein Junge und der heißt? Achim. Achim. Er legt Wert auf Achim. Ich habe Achim gesagt, da war er stocksauer. Warum eigentlich? Ich war eigentlich gar nicht sauer. Warst du eigentlich gar nicht sauer, nicht? Gut, und du heißt? Anke. Und du heißt? Eva. Und du heißt? Silke. Prima, jetzt wissen Sie, wie sie alle heißen. Und dazu kommt natürlich der Manuel zusammen, Manuel und Pony, Ihre Nummer eins. Manuel und Pony und das Lied von Manuel. Applaus Das Lied von Manuel Maria Dolores Maria Dolores Manuel Aber mögen, mögen wir dich nicht Das Lied von Manuel Da ist der Junge aus Kastilien und der wohnt Im Neubaublock mit seinen Eltern Wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht Manuel Aber mögen, mögen wir dich nicht Das Lied von Manuel Da ist die kleine Hannelore, die ist krank Und Manuel geht zu den Eltern Was mag er da uns sagen, wir haben ihn gefragt Manuel Ganz was Schönes hat er da gesagt Da gibt es einen Und er kann dich heilen Der Weg zu ihm ist weit Nach Amerika Da braucht ihr Geld Drum werd ich für euch singen Ich gebe ein Konzert für sie allein Wir hören deine Stimme, viel lieber als bisher Manuel Nun mögen, mögen wir dich sehr So hat der Junge aus Kastilien all das Geld Für Hannelores Herz gegeben Wir hören deine Stimme noch öfter als bisher Manuel Nun mögen, mögen wir dich sehr Das Lied von Manuel Das war das Lied, das Kurt Feld schrieb von Heinz Gietz die Musik Der erste Platz der 123. Ausgabe der deutschen Hitparade aus dem Berliner Union Filmstudio Ganz genau aus dem Studio 3 catastrophic Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Elizabeth Auf Wiedersehen Alrighty